Tausende Tonnen Öl strömen täglich in den Golf von Mexiko. Das Unternehmen BP kann sein Leck nicht stopfen. Auch US-Präsident Obama leidet darunter. Seine Beliebtheitswerte sinken. Er soll nicht schnell und entschlossen genug gehandelt haben. Mit einer Rede direkt aus dem Oval Office wollte Obama zeigen, dass er das Heft in der Hand hat. Wir werden dieses Leck bekämpfen, solange es nötig ist. Und wir werden dafür sorgen, dass BP zahlt. Obama will, dass BP einen Treuhandfonds einrichtet. Von dem Desaster betroffene Arbeiter und Unternehmen sollen daraus entschädigt werden. Und Obama geht noch weiter, fordert eine Wende in der Energiepolitik. Die Tragödie an unserer Küste erinnert uns daran, dass es Zeit ist, uns um die Gewinnung sauberer Energie zu kümmern. Jetzt ist der Moment gekommen, mit neuer Innovationskraft die Kontrolle über unser Schicksal zu gewinnen. Eine erste Maßnahme des Präsidenten war der Stopp von Tiefseebohrungen für mindestens ein halbes Jahr. Doch das könnte sich für ihn als Boomerang erweisen. Wirtschaftsexperten befürchten nun einen globalen Anstieg des Ölpreises und damit der Benzinpreise. Den Amerikanern dürfte das nicht gefallen. Wir brauchen natürlich langfristig die Bohrungen in der Tiefsee, um international das Ölangebot aufrecht zu erhalten. Wir wissen, dass stark wachsende Volkswirtschaften deutlich eine Nachfragesteigerung haben werden, insbesondere China und Indien. Und da brauchen wir eine entsprechende Ausweitung des Angebots. Und das geht nur, indem man auch in der Tiefsee nach Öl bohrt. Auch die amerikanische Wirtschaft würde unter einem steigenden Ölpreis leiden. Da könnte die Aussage der Chefs von Exxon, Shell und Chevron, Obama, willkommen sein. Sie sagten vor dem US-Kongress, die Katastrophe wäre vermeidbar gewesen, wenn die Pi bei den Bohrungen alle Sicherheitsstandards eingehalten hätte.